Jungfrau, sämtliche Kommunikationsmittel nutzen Sie für sich und senden heute an alle einen kollektiven Valentinsgruß. Ein paar Pralinen für die beste Kollegin und ein dickes Lob für den Garten, klar, das fällt Ihnen leicht. Sie wissen eben, was sich gehört und sind gern bereit, andere mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen. Singles zeigen sich heute dagegen erstaunlich kühl. Venus und Mars lassen es an heißen Gefühlen mangeln. Rote Rosen oder anderweitige Annäherungsversuche überlassen Sie dem Rest der Welt.